Der neunteilige Winkelstift-Schlüssel-Satz in der Torx-Variante kommt in diesem stabilen Koffer und was alles zum Inhalt gehört, schauen wir uns jetzt an. Sehr praktisch ist, dass alles klar strukturiert ist, alles an seinem Platz ist und ich habe sogar die Kennzeichnung der jeweiligen Größen. Der Satz umfasst die Größen T10, T15, T20, T25, 27, 30, 40, 45 und 50. Der Handgriff selbst ist aus zwei Komponentenmaterial, liegt sehr gut in der Hand und erlaubt eine sehr hohe Kraftübertragung. Alle Schlüssel in dem Satz sind eine Kombination, aus der langen Seite mit klassischem Torx-Profil und auf der kurzen Seite Torx mit Stirnlochbohrung. Koffer und auf der kurzen Seite Torx-Profil und auf der kurzen Seite Torx-Profil. Koffer und auf der kurzen Seite Torx-Profil und auf der kurzen Seite Torx-Profil und auf der kurzen Seite Torx-Profil. Koffer und auf der kurzen Seite Torx-Profil.